Hi! Hahaha! Low! Fahren Sie die Düsseldorfer Landstraße durch Hookingen in Richtung Düsseldorf. An der Sparkasse vorbei, links, sehen Sie die Apotheke St. Anna. Dann kommen Sie am beliebten Restaurant Balkan vorbei. Jetzt folgt auf der linken Seite das älteste Haus Duisburg, der Steinhof. Dort biegen Sie an der großen Kreuzung am Edeka-Center links ab. Das ist die Hermann-Spilecke-Straße. Unter der Straße mal her direkt wieder links. Geradeaus ist es eine kleine Sackgasse. Nächste Möglichkeit fahren Sie rechts rein. Das ist die Bern-Casteller-Straße. Die macht einen kleinen Linksbogen. Dann wieder die nächste Möglichkeit rechts. Da sind wir schon auf dem Böckumer Burgweg. Diese Straße fahren Sie 200-300 Meter geradeaus durch. Und sind schon am Ziel. Sie sehen die kleine Brücke über den Angerbach. Sie dürfen hier als Besucher dieser Veranstaltung drüber fahren. und fahren direkt rechts auf die kleine Wiese. Diese Wiese ist für uns der Parkplatz an dem Abend. Geradeaus sehen Sie dann schon die Wasserburg Hausböckung. Hier sehen Sie den Innenhof. Auf der linken Seite wird die Bühne aufgebaut. Im ganzen übrigen Bereich können Sie Ihre Tische und Klappstühle aufstellen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.